Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ist es unhöflich, jemandem beim Reden eine Stabtablette in den Mund zu werfen? Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli. Ich reg mich nicht auf, die anderen regen mich auf! Wampe statt Schlampe. Mein Anti-Stress-Ball hat einen Burnout. Bei Ebay verkauft jemand drei Winterreifen. Drei! Und jetzt kann ich nicht schlafen, weil ich nicht weiß, was mit dem vierten los ist. Angela Merkels Mutter ist gestorben. Die hatte eine Mutter? Ich dachte, die entstand Durchteilung. Bei Schere-Stein-Papier absichtlich zu verlieren, ist genauso schwer wie zu gewinnen. Wenn RTL endlich Kollegentausch dreht, dann schicke ich diese Luschen hier alle zum Casting. Falls ich mal ein Bordell eröffne, nenne ich es dann Berufsverkehr oder Verkehrszentrale. Wenn ich weiterhin so spät ins Bett gehe und so früh aufstehe, dann treffe ich mich irgendwann selbst im Bad. Ich kenne alle Nachkommastellen von Pi, kann mir aber nie die Reihenfolge merken. Wenn du nicht willst, dass Männer auf deine Brüste starten, dann isst doch eine Banane. Wir haben die besten Politiker, die man mit Geld kaufen kann. Rechts vor links. Oder wie ein Fahrradfahrer sagen würde, einfach weiterfahren. Haben weibliche Roboter eigentlich einen Computerwurst? Sobald die Nebenkasse öffnet, sind Retter mit ihren Rollatoren schneller unterwegs als Sebastian Vettel zu seinen besten Zeiten. Meine neue Zimmerpflanze ist sehr sportlich. Sie ist in Topform. Impfgegner sind gegen Argumente immun, aber eben gegen sonst nichts. Polizei, dein Freund und Zahlungsempfänger. Europaparlament 2019 so. Das freie Internet nehmen wir euch. Aber hey, die Uhr müsst ihr ab 2021 nicht mehr umstellen. Wenn Alkohol dein Problem nicht lösen kann, dann trinkst du zu wenig. Der Bakko fahrt sich erschrocken und ringt jetzt um Luft. Ich habe eine eigene Theorie, warum Jesus umgebracht wurde. Er hat Unmengen von römischen Bauern arbeitslos gemacht. Meine Kommentarspeite ist wie eine Delfin-Therapie. Du bist verrückt, stand Delfin. Date niemals eine Radiologin. Sie kann nicht durchschauen. Immer wenn ich sage, ich bin doch auch nur ein Mensch, schreit meine Waage eineinhalb. Gedanke für den Abend. Benutzen Tänzer 5, 6, 7, 8, weil Musiker schon das 1, 2, 3, 4 haben. Windows-Witze waren mal lustig, aber jetzt funktionieren sie nicht mehr. Mobbing lebt vom Mitmachen. Die Tochter kocht gerade irgendetwas in der Küche. Oder reißt eine tragende Wand ein, man weiß es nicht. Like und abonnier YouTuber. Like und abonnier YouTuber.